Mein Name ist Philippe Fernandes und ich spiele der evil Cousin Abdul. Abdul ist der Antagonist der Prinzessin Samira und der Bösewicht der Show. Er wird super von Philippe dargestellt. Ich möchte die Macht des Empires und das Tron der Samira nehmen. Die Herausforderungen von meinen Nummern sind die Transition von Passage Piaf. Und ich muss auf der gleichen Zeit agieren. Philippe ist ein ganz toller Dressurreiter, sehr erfahren, sehr passioniert, der durch seine Professionalität und durch sein Können einen ganz tollen Job macht. Avaluena ist eine riesige Erfahrung. Nicht missen es.